runde startet sobald genügend spieler bereit sind weil die immer nicht breit drücken die leute online wir können da dann keiner drin ist ja was gesucht raus und raus raus war normal du musst echt auf dings klicken hier auf quick multiplayer und rasch nicht server suchen sondern einfach auf quick geld hier ja mach ich doch schnelles spiel und rasch das mache ich schon ich habe schon wieder ein spiel gefunden aber dafür läuft das spiel schön sauber nachdem ich windows neu gemacht habe alles auch mit holz oder aus bronze oder wie ja 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 latin verstehe es nicht dass es jedes mal andere medaillen sind hier egal welchen modus du spielst du ich bin beim volks ein laufendes spiel also kommen wir da raus wieder oder was ich bin jetzt im game ich bin jetzt im game so oh verteilen ja genau ach da sind sie genau da die rocco adocos oder was ja habe ich noch nie im brush gespielt auch da boah sofort weg gewesen ach da unter der brücke kam er vor schmig 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 einsatz an einsatz ziel werter platzen was ist da los ey mal b anklicken von verteidigung ach so ja verteidigt das ziel was gibt compasschärf die scheiße schärf die scheiße mit eros beide die fahrernflucht fahrernkampfgebiet raus das fahrerflucht begonnen und sofort weg gewesen unheimlich die weg jawohl ja 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 genau ich bin unglaublich in der panzer hat mich auch direkt aber instant überleben was war das denn jetzt wie hat er mich denn gekriegt das gibt es doch nicht wubbeldi schwupp 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 kannst du raufholzen wie du willst da sind drei leute zwei sind jetzt noch ums eck da kommt einer ich bin auch verkehrt gelaufen wo bin ich denn hier mehr verkehrt und tot panzer kommt wo ist unser panzer ich habe kein panzer oder wie ist das ich sehe nie bei uns einen panzer aber die haben immer grundsätzlich einen wir haben einsatz ja super ich schickte ihn jetzt an euch zurück und verteidigt um jeden preis unserer letzten einsatz jetzt bin ich hier in die dings gelangen so eine sackgasse und gleich tot gewesen der feind rückt vor die koordinaten des feindes wurden an unsere artillerie überlebt ok die 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 Ah. Das Ziel darf nicht fallen! Verteidig das! Torch! Ah, Mann, ey! Mal sehen, ob der Panzer da immer noch steht. Koordinaten des Feindes wurden an unsere Artillerie überprüft. Jetzt zur Munition hier. Ja. Warte. Ah, wo war der denn jetzt? Ach, da! Ja! Torch! Oh, neun ist mein letzter! Oh! Schneckenmacher, ey! Ey, was ist das denn für ein Spack, ey! Noch B bis Arz! Brauch Munition! Ah, ich bin gerade platt! Ich bin ständig tot! Tut mir leid, ich kann nix! Warte, ich steig mal dir ein, gebt dir welche! Ich konnte nix machen! Oh, gut! Macht euch aus! Ich bin gerade hier! Im Gartel wird am 2-3-1-2-2-1-2-1-2-1-1-1-2-1-1-2-1-1-2-2-1-3-1. ja hab ich ja du musst die munition auch liegen lassen hier hab ich doch tot selbstlader tot jetzt bin ich auch tot sprengsatz an einsatz ziel bertha entschärft auch immer so weit laufen muss hier verdammt die sind schon drinnen ja fünf stück sind da versuchte entschärfen jawohl habe ich guck mal die ballern damit drei leuten drauf und der hau trotzdem uns alle weg mit dieser mondrag und das kann doch nicht wahr sein medic komm die haben nur noch 15 tickets 14 das schaffen wir das packen die nicht komm ich gehe gleich rein scheiß egal was das hier genau vor dir komm geh ran geh ran ja sehr gut sprengsatz an einsatz ziel bertha entschärft bist du noch drin jetzt brauchen wir die jetzt hier koordinaten des feindes wurden an unserer artillerie wir müssen dieses ziel um jeden kreis halten ja wieso wieso schreibt er wieso auch noch mit ja 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 volks volks ja volks mal gucken dass wir auch mal angreifen ist das wahr ist das wahr 15 10 zack und weiter festung von vor angriff ach scheiße angreifen geht finde ich so eine runde mache ich noch und dann lege ich mich einen augenblick hin ja schön tee trinken so 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 oh ich muss kacken ey ja dann geh doch aber scheiße einfach die hose voll muss ja ja nur raus kratzen abwischen und dann ja ist richtig jetzt kurz duschen und dann ha 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 komm wir ins boot wollen wir einen gerne nach vorne ja warte dann komm hier wo bist du hier komm hier an der küste ran ich äh kann gar nicht bei dir spawnen ich bin hier vorne wir müssen das ziel zerstören komm steig ein gut drin ich muss sagen sobald du was siehst warte ich fahr dich hier vorne so lass dich hier stehen weiße da ist einer der hat ganz wenig eine granate rein hat mich raus gesprengt hier wo ist der war konnte ich nichts machen ja wie alleine habe ich keine chance ja ich bin kaputt gegangen jetzt hat doch du musst den typen der am steuer sitzt oder strengsatz an einsatz das habe ich natürlich gelungen ja der ist dauernd ja war ein boot beschreibt noch mal getroffen scheiß aufs boot wir müssen die mcms scharfen einsatz zerstört wir haben einsatz ziel albert ausgeschaltet jetzt kommt er von hinten hier der sack keine sau da unglaublich ich bin auf deiner linken seite fahr zu fahr zu felix so ein bisschen dass einer an die bombe kann und dann bleibst du so stehen und dann geht das ja hab ich auf bleib stehen bleib stehen raus 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 und da geht sie hoch jawohl ich bin hier für eine waffe alter ich sehe nur nebel ne ich bin auch gestorben der springt ins wasser und schießt aus dem wasser direkt mit der pistole headshot weg was macht er denn mit dem boot da steigen wir ins boot ein auch komm ich steig raus aus dem selten dämlicher typ wir sind bei A wir müssen das ziel zerstören geh du ran ich bin mit deckung ja da liegt einer direkt dahinter mach scharf wenn du kannst ne ich warte das okay dann brauche ich dann brauche ich dann brauche ich bei dir warte ich kann bei denen jetzt kann ich ich mache ich mache jetzt jawohl sehr gut er kommt zum entschärfen tot felix warum bist du denn nicht da eben an die dings gelaufen an was an die scharf machen scharf machen du läufst da einfach weg ich hab gesagt ich gebe dir Deckung läufst da einfach weg ja nächstes mal das zerstört das verdammte ziel komm du nimmst du das ding und dann lass du unter dem schrand lang laufen mit der nieder ja das ist einer sperrt direkt ah hat er nichts krass wo hä ich brauche sofort einen Sanitäter scheiße oh ein Sunny mit 16 Lebenspunkten brauche ich da nicht rein Maschine ich kann mich mal hier mit verhandeln ja komm scheiß drauf na komm scheiß drauf wir liegen einen sofort weg ey jetzt alles klar bleib liegen volks ich bin tot ich flick dich zusammen sag mal ich hab noch nichts geschafft hier ich hab gesagt liegen bleiben oh noo tot komm komm wir können ja nichts machen wir drei alleine das packen wir nicht jetzt los hier erste helfe für dich so A geht hoch Telefon Jawoll Das gehört das Ziel Boah da sind vier Leute Big Fish Was macht das Boot da anstatt dass es zum Buchstaben fährt Ich könnte kotzen in allen Regenbogenfarben Sind auch so behindert Ach das Boot ist gleich kaputt Das hat mich noch schnell Fremsatz am Einsatztiefwerter platziert Femmabie Scheiße Der hat mich jetzt schon dreimal mit der Pistole erledigt dieser Penis Mörser Mörser Vorsicht Der Feind hat den Sprengsatz an Einsatztiefwerter entschärft Mach scharf Sprengsatz an Einsatztiefwerter platziert Und da bin ich down weil ich immer weiter brenne Und es wird entschärft Ich kann nix machen Es ist als wenn ich nix treffe Ich meine da ist ein Auto Das Auto macht nix Ja ich treffe auch nix Kannst du jetzt sich runden Kannst du gut spielen Ist scharf Ne wieder entschärft Und da haben wir verloren So Zeit für ne Pause Ja auf jeden Fall Mikrofon muted So dann danke fürs Zuschauen an dieser Stelle Macht's gut bis zum nächsten Mal Haut rein Und ciao Und ich hab Battlepack Jawohl Ciao 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 ciao